hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen mini review ja momentan häufen sich die mini reviews aber es ist ja auch logisch denn ich war auf der spielwarenmesse in nürnberg und hab da ein bisschen was mitgenommen und so auch heute denn ich war bei diamond collectibles am stand und manche denken jetzt diamond collectibles hat er jetzt hier die geile große marvel figur nein bei aller freundschaft das war dann doch nicht drin ich konnte mich sehr cool mit dem typen unterhalten das war ein ganz ganz netter mensch ich habe auch gefragt ob er bock hat auf ein kleines interview aber da wurde gleich abgefunden und gesagt nee sorry geht nicht aber ich konnte ihm dann ein bisschen was abluchsen auf jeden fall und zwar sachen die für euch durchaus interessant sein könnten jawohl und zwar haben wir nämlich einmal eine kleine blind bag zu den mini maids kennt ihr vielleicht noch gar nicht mini maids das sind im prinzip die sehen so ein bisschen aus wie lego figuren so richtig sag ich mal nur etwas größer und da gibt es dann hier so was das amazon nightmare before christmas jetzt da gibt es zum beispiel eine sally oder ein santa jack oder hier den normalen jack oder den richtigen santa und 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 auch hier den wie heißt er dann den zero und sogar ein exklusiv ich glaube nicht dass ich den exklusiv zero habe dazu ist das ding was hier in der box ist zu lang aber auf jeden fall eine coole sache und und das fand ich richtig geil weil ich habe die gesehen und dachte so richtig cool aus hast du nicht daran auch noch eine für mich ich möchte die unbedingt zeigen und also ja komm warte i've got your back no worries griff dann in so eine schublade und zog dann den kollegen hier raus beziehungsweise die geile kollegin denn das ist allen ripley als winnie made der name ist natürlich total bescheuert aber das sind eben die großen versionen der mini maids und das sind eben auch richtig geile posable hat vinyl figuren sind die überhaupt aus vinyl ja natürlich sonst würden sie nicht winnie maids heißen silent mike denk doch mal nach was redest du eigentlich aber das sind hier von diamond select toys was habe ich damit collectibles vorhin gesagt ist natürlich total falsch diamond select toys ja alter mann wisst ihr ich kenne mich nicht mehr so aus ja schulde ja wir fangen einfach mal an ich mache einfach mal die blind bag auf und ich gucke mal rein was drin ist ich mache das mal relativ vorsichtig weil ich will die nicht zu weit aufreißen wir haben natürlich erst mal den flyer keine frage den hol ich mal als erstes raus wenn ich ihn dann krieg wenn ich mal ein bisschen was zeigen guck mal hier das ist der flyer flyer wie man so ein flyer kennt da sind dann halt auch alle figuren so weit drauf was ist das ach guck mal das sind sogar noch andere varianten von den sachen die sie haben also so select action figuren ich hoffe ihr schaltet gerade auch scharf damit ihr das einigermaßen sehen könnt weil ich habe das wieder komplett vorm bild jetzt und dann hier halt noch einmal alle von den von den maids auch sehr sehr cool also das kann schon was so und jetzt seid mal gespannt wie wir in der tüte haben sehr gespannt wen haben wir denn in der tüte den haben wir denn in der tüte wir haben den finde ich ich finde das cool das finde ich jetzt egal ist das ein seltener nein das ist kein seltener gibt es da eine rarity nein es sieht nicht so aus nein es gibt keine rarity aber ich packe den trotzdem aus obwohl das eigentlich unnötig wäre weil die tüte tatsächlich durchsichtig ist aber ich will den euch zeigen weil die figur natürlich auch gewisse bewegungspunkte hat die figur kommt in einer durchsichtigen tüte mit einem kleinen plate zum hinstellen also so ein standy und diese figuren sind halt echt herzallerliebst also ich muss mal gucken ob ich den irgendwie einigermaßen hinkriegt dass der einigermaßen gerade sitzt so extremst cool und was ist denn mit dem los alter kollege hier was geht mit dir das ist hochgerutscht ich wollte gerade sagen ich so was hat der dann hat er sein strumpfband irgendwie also man muss die figur noch so ein bisschen einstellen dass die dann auch einigermaßen passen aber so jetzt haben wir es sorry so wir haben richtig geile kleine minifiguren und die sind extremst cool also ich meine schaut euch den knirps hier an ist natürlich gerade noch so passend wir haben es erst februar da kann man auch noch die weihnachtssachen rausholen aber ihr seht ihn schon und ihr seht auch irgendwie erinnert euch das alles so ein bisschen an lego aber in größer und ich gehe mal rundherum auf jeden fall eine sehr sehr geile figur und wir haben extreme possibility klar zum einen kann man den kopf drehen logisch ich kann sogar sagen dass eben den bart abnehmen kann kann ich den kopf denn überhaupt sieht man das ja man sieht es man kann die die arme sind ja auch so ein gelenk ich kann die in die richtung machen zur seite nach vorne nach oben nach unten sie haben ein ellenbogengelenk die jungs wie ihr sehen könnt ellenbogengelenk und ich weiß nicht haben sie noch ein handgelenk ja selbst die hand ist drehbar also auch das ist möglich und dasselbe gilt natürlich auch für den anderen arm tatsächlich ja die haben sie haben ein hüftgelenk das jetzt nicht so beweglich ist weil der bart ein wenig im weg ist ich bin ich bin zu scharf da ist das bild dann vorne nicht so scharf dann kannst du die beine auseinander kannst du nicht du kannst aber die beine nach vorne du kannst die beine nach hinten so und die beine nach hinten du hast ein kniegelenk und du hast ein strumpfband das immer verrutscht und du kannst auch die füße noch drehen nach links oder nach rechts und das ist natürlich auch ganz toll also ich finde die figuren richtig geil die können was das ist genial in meinen augen wirklich sehr sehr coole figuren die wirklich toll aussehen und die durch ihre hohe posability natürlich dann auch ein bisschen was her machen wenn man die dann irgendwie hinstellt und entsprechend cool posen lässt loch im fuß hat er auch damit man den auf den stand kriegt und dann steht er halt so da und wer jetzt dann irgendwie eine coole socke ist der stellt den dann auf eine ganz bestimmte art und weise hin und dann ist das ganz toll also ich finde den super gefällt mir sehr gut habe ich gut ausgesucht beziehungsweise er für mich ausgesucht er hat mir halt eine in die hand gedrückt das hätte auch was anderes sein können was erzählte er vorher hat er zweimal eine sally drin das war natürlich dann das war natürlich dann für ihn nicht so schön zweimal eine sally zu haben er hat sich natürlich auch anderes gewünscht so kommen wir zu den großen kollegen hier wie gesagt aliens zu aliens und ich packe den mal aus natürlich kann ich ihn aus zeige ich euch aber erst noch mal die verpackung bevor ich den auspacken zeige ich die verpackung guck mal hier steht diamond select toys hier steht mini mates hier steht allen replay hier steht aliens so hier ist ein fenster wo ihr die figur seht das gehört nicht so wahrscheinlich ist das der grund warum ich sie mitgekriegt habe dann hier noch einmal die ganze figur auf der seite zu sehen und auf der rückseite gibt es eine kleine bio und den hätte es wahrscheinlich auch noch geben nein den hätte es definitiv gegeben es steht ja auch hier also available alien warrior und auch der sieht richtig geil aus wenn ihr mal gucken wollt hammer so ja 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 sie hat das überlebt und ist dann zu lv426 nur musste sie noch mal hin ist zum ja ihr kennt die story unterseite ist auch erst nicht so interessant steht halt diamond select toys mit der adresse und das ist das certificate europe hat es auch es ist strahlungsarm hergestellt kommt das her was ist das ach so das ist aus der box von der innenseite da ist so eine pappe die ist so ein bisschen verdingelt jetzt nichts schlimmes nichts was ich nicht wieder richten kann das passt so ich hole euch den kollegen mal raus und im gegensatz zu den mini mates die natürlich voll beweglich sind sind die maxi mates beziehungsweise sind nicht die maxi mates die glaube ich auch sondern sind die mini mates typisch für vinylfiguren scheinbar das scheint ja irgendwie ganz typisch zu sein völlig unbeweglich außer dem kopf den man natürlich drehen kann so und auch die waffe ist nicht beweglich es sei denn ich breche sie ab dann ist sie beweglich danach zumindest dann die figur sieht auf jeden fall exakt aus wie allen replay der ist sogar richtig pose bilder hat sogar seitlich kann sogar alles kann die machen mit dem kopf das ist der hammer sie macht alles mit dem kopf sehr coole figur im ersten moment wenn man den kopf sieht könnte man meinen oh michael jackson aber nein das ist allen replay finde ich sehr geil gefällt mir sehr sehr gut schaut noch mal genau damit ihr auch so ein paar details sehen könnt so ist die waffe das hier sind die hände das sind nicht etwa brötchen die sie da hält oder so das sind die hände ziemliche klopps hände die füße stecken in diesen geilen space pushen ihre jeans oder space pants und dann das hemd also auf jeden fall definitiv erkennbar coole sache dann werde ich zum vergleich noch mal ein fackle pop ran holen moment so staub ah da kommt der staub her güte gerade erst gewischt so vor wenigen jahren ja ist so aliens ist ja auch schon alter film da wischt man nicht so oft staub hier das ist der pop kennt ihr ja und ich hole den jetzt nicht extra raus das wäre ja blöd aber damit ihr mal so ungefähr einen eindruck bekommt wie die figur so ist ihr seht das allen steht so ungefähr auf der höhe und die figur ist tatsächlich noch einen ticken größer und hält ihre waffe in die andere richtung also ich finde die cool die macht sich sehr gut also mir gefällt das den pop brauchen jetzt nicht habt ihr jetzt gesehen wie die großen unterschiede sind und jetzt schaut ihr euch noch mal die allen replay an also diamond select toys sollte man überall kriegen die dinger und ihr könnt mir gerne mal in die kommentare 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 was rede ich denn immer für ein scheiß manchare 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 kommentare ja schreibt mir einfach in die kommentare so heißt das was ihr von diesen figuren hier haltet und ob ihr die cool findet die mini mates oder die winnie mates gibt es auch von winnie pooh winnie mates das ist der winnie pooh winnie mate weiß ich nicht ich habe einen iron giant gesehen der sah richtig geil aus und den haben wir leider nicht mitgegeben aber was soll's habe ich den mitgekriegt und wenn ihr bock habt schreibt mir in die kommentare wie euch diese figuren gefallen ich möchte das gerne wissen marktforschung und so ja mehr habe ich euch heute nicht zu erzählen wir sehen uns hoffentlich beim nächsten mal macht's gut leute tschüss bis zum nächsten mal